Die hat so ein Hölzchen sich gemacht. Weißt du? Das ist so geil. Ja. Hier der Andy, richtig Klotz genommen. Handtasche, weißt du? Ja, Andi wechsel mal mit der Annette das Holz. So geht's ja nicht, ey. Hammer, die trägt das wie eine Handtasche vor allem. So geht's ja nicht, ey.